Sie tötet Tiere um zu überleben, das war jetzt der letzte Satz des anderen Parts, ich nehme ja durchgehend auf, ähm, ja. Naja, man sieht eigentlich schon die Verzweiflung dahinter, sie will ja eigentlich nur überleben. Was ich jetzt mache, ist natürlich die übertriebene Form davon, dass ich einfach weiterjage, eigentlich müssten wir jetzt zurück zum Lager, wie gesagt. Na komm hier, wir kriegen dich noch. Oh, der Hase. Der Hase wäre ja auch nicht so verkehrt, ne. Können wir auch noch mitnehmen. Lager braucht halt auch was zu essen. Na außerdem gibt es halt auch Erfahrungen, ne. So, dann gehen wir mal zurück. Äh, ja. Hier ist, du hast Glück. Heute darfst du leben. So, dann gehen wir mal zurück zum Lager. So, da. Ich entschuldige mich dafür schon mal, dass man meine Vögel hört, so ab und an mal. Das sind die halt, melden die sich auch, ne. Ja. Ich hab vier Vögel daheim und ja. So, dann wollen wir mal was grillen, denn Lager hat Hunger, sie zittert, sie ist jung. Wie gesagt, das erste Tier getötet ist schon hart. Wenn man Tiere töten muss, um zu überleben. Andererseits ist es halt auch unser Alltag leider, dass wir Tiere töten, tatsächlich, um überhaupt leben zu können. Das ist halt ziemlich krass, das Ganze, ne. Was hier in so kurzer Zeit, also ein paar Minuten so durch hat. Ja, ich hab mich dafür entschieden. Es gibt noch jede Menge andere Fähigkeiten. Es gibt Überleben. Es gibt Jäger-Upgrade und dann gibt's noch was. Mehr verrate ich aber allerdings auch nicht. Ähm, dann kann man, batsch, das ist das, was das Ganze hier aufs Rollenspiel ähnlich anhaucht. Ähm. Entschuldigung, muss grad mal husten. Ja, das Ganze, was das Ganze hier Rollenspiel mäßig anhaucht, sind eben diese Fähigkeiten, die man setzen kann. Die Waffen, die man dann, ähm, kriegt, dass man die, das ist das, so, so, das, ja, Rollenspiel mäßig. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Los! Lara! Du lebst! Ganz ruhig! Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich hab SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich hab mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Ach, bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick daran besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf. Durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Tja, das Ding ist halt eben... Äh, ja. Wir bauen halt Nahrung tagtäglich, wie gesagt. Musik? Tja. Dieses Rollenspiel angehaucht, um darauf zurückzukommen, meins ist es nicht. Für mich gehört's eigentlich auch nicht in Tomb Raider rein. Das hat aber auch wiederum was Interessantes, die Waffen aufwerten zu können. Und ja, es ist halt... Man muss es als eigenständige neue Reihe betrachten, einfach auch. Man muss sich auch drauf einlassen können. Ich find's an sich, mit dem Bogen und so, dass das... Ist was Neues, was Schönes. Und ja... Ne? Also von dem her gesehen... Man muss sich einfach nur drauf einlassen können. Das ist das Ganze eben. Hallo? Okay, da hat jemand die Tür aufgemacht. Na, da mal gucken. So, da war ein kleine Fackel. Scheiße, Alter, wer hat denn da die Tür zugemacht? Na, da ist das Ganze... Na, da ist das Ganze... Na, da ist das Ganze... Eigentlich als instinktmäßig würde ich dann versuchen, nochmal hier rauszukommen. Aber... Wie man sieht, wir kommen hier nicht mehr raus. Ja, das ist halt das Andere. So. Boah. Ist das ein Atomunkel gewesen, oder was ist das hier? Ist schon ziemlich krass. Was sind das für Zeichen? Ja. Uff, ich zeig ihn mal einmal da durch. So. Wir wollen uns mal ein bisschen hier um. Was mach ich bloß? Ja, das frau ich mich auch, liebe Lara. Was machst du bloß hier? Schaut euch das hier mal an. Alles Köpfe und irgendwelche... Sind das die Anzahl der Leute, die getötet wurden? Wer weiß das schon. Oh Gott. Das ist verrückt. Ah. Ja. Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Okay. Ja. So kleine Schätze kann man entdecken hier. Früher waren das eher spezielle Waffen bei den früheren Teilen. Das muss man ja auch sagen, mehr weh. Na, vielleicht können wir hier mal... Na, ich geh mal ein bisschen weiter weg. Oh nein. Ich war ja mal in der Metzgerei, aber das hier ist auf keinen Fall hygienisch oder gesund. Oh, ey. Baby, komm. Nimm's. Nimm die... Stemmachst. Hier kann man schon mal üben. Die erste Tür. Naja. Ist noch alles. So, na komm auf. Ziemlich krass. Muss man ja nicht sagen. Wer weiß, wie viele Ruinen und so weiter nicht entdeckt wurden auf dieser Welt, wo Menschen gelebt haben. Wo Menschen sich generell... Das ist schon Wahnsinn, also, ja. Ein Hund. Das heißt, hier muss ja jemand gelebt haben, im Endeffekt. Naja, die lieben Vögel schimpfen auch. Ihr weiß noch nicht warum, aber sie tun's. Lasst euch davon bitte nicht irritieren. Das kann ich leider nicht verhindern. So. Die Fackel... Lösch. Sam? Ja. Ja. Wir haben ein Feuer. Such den raus. Naja. Wir sind unterwegs. Mehr erfahren wir aber erst auch in der nächsten Folge von Let's Bay Tomb Raider, okay? Hopp. So.